Die Erschließung neuer Zielgruppen wird in zunehmendem Maße relevant, nicht nur für eine gesellschaftliche Entwicklung, sondern eben auch für eine ganz schlichte ökonomische Entwicklung, die dann auch Wohlstand letztlich trägt. Und da haben wir in vielen Bereichen eine Fehlsteuerung von Bildungsinvestitionen in Regionen, wo ich einen relativ geringen Grenzennutzen nur noch erreichen kann. Also wir haben bildungsbürgerlich geprägte Regionen, da gehen ohnehin die Talentreserven weitgehend an die Hochschulen. Da gibt es ja entsprechende Untersuchungen seit vielen Jahren, ist keine neue Erkenntnis, dass etwa 80 Prozent der Akademikerkinder an die Hochschule wieder gehen. Das heißt, das akademische System reproduziert sich durchaus weitgehend selbst. Wir haben aber gleichzeitig die Erkenntnisse, dass aus Arbeiterfamilien etwa nur 20 Prozent der Kinder an die Hochschule kommen. Also muss ich doch auch mal Bildungspolitik zur Erschließung von Talentreserven regional denken. Regional denken heißt, Bildungsinvestitionen gehören zuvorderst in die Regionen, die eben eine breite Talentbasis, zum Beispiel im Arbeitermilieu, im Milieu von Migrantinnen und Migranten haben, die bislang noch nicht erschlossen sind, die vielleicht auch noch nicht in das klassische bildungsbiografische Profil des Normstudierenden passen. Wir haben natürlich vielfältige Aufgaben. Das eine ist, die, die zu uns kommen, vernünftig zu verarzten, um das mal so auszudrücken. Also wirklich sie nicht nur an die Hochschule zu holen, sondern dafür Sorge zu tragen, dass sie auch hier einen Abschluss machen können. Da haben wir eine Verantwortung gegenüber jungen Menschen. Die starten hier ihre Karriere. Die wollen hierüber sozusagen ihre gesamte persönliche, ihre Familienentwicklung und so weiter gestalten. So und diese Verantwortung müssen wir ernst nehmen. Aber in der Tat gibt es natürlich auch Engpässe im Bereich, bestimmte Klientelen zu erschließen, weil Hochschule kommt da überhaupt nicht vor. Sie kennen aus der Familie bestimmte Biografien, aber diese Biografien haben nie das Wort Hochschule in irgendeiner Form beinhaltet. Und das hat ganz unterschiedliche Facetten. Das ist beispielsweise an unserem Standort Bocholt, ist das völlig anders als an unserem Standort hier in Gelsenkirchen. In Bocholt, jetzt sehr klischeehaft gesprochen, da soll man was Anständiges lernen, also sich im Grenzfall für die Übernahme des landwirtschaftlichen Betriebs vorbereiten. Oder eben, wie man selbst, eine anständige Ausbildung zum Zersparnungsmechaniker. Und diese bildungsbiografischen Vorprägungen zu durchbrechen, das ist nicht völlig trivial. Und was wir da wirklich intensiv ausgebaut haben, ist, zu den Leuten hinzugehen. Wir sind so intensiv im Schulbereich beispielsweise, wie wir das noch nie waren in der Geschichte dieser zweifelsfrei noch halbwegs jungen Hochschule. Wir sehen aber auch bei anderen Klientelen, da funktionieren diese Zugänge gar nicht. Also bei Migrantinnen und Migranten müssen wir sehr viel stärker eben auch an die Eltern gehen. Und da muss man ganz selbstkritisch auch sagen, da haben wir die Zugangswege teilweise noch gar nicht verstanden, wie die funktionieren. Sodass wir jetzt dabei sind, eine Elternakademie aufzubauen, wo nicht die Eltern jetzt lernen sollen, sondern wo die Eltern, also im klassischen Sinne, sondern wo die Eltern kennenlernen sollen, was eigentlich Hochschule ist, was Hochschule so mit sich bringt. Überhaupt die Vorstellung zu eröffnen, ja, das können meine Kinder machen. Und da muss ich auch keine Angst um meine Kinder haben. Also auch das sind ganz lebensweltliche Fragestellungen, die in vielen politischen Diskussionen überhaupt nicht vorkommen. Das ist einfach Wühlarbeit. Da gibt es auch nicht den einen Königsweg, sondern wir versuchen auch zum Beispiel über Kulturvereine, uns einzuklinken in bestimmte Klientelen. Wir versuchen eben auch, Lehrer zu aktivieren, auch einzelne Lehrer zu aktivieren, die dann mal eine Gruppe von Eltern einladen, wo die Lehrer schon sagen, Mensch, die haben so ein Potenzial und vermutlich werden die einfach nicht an die Hochschule gehen, weil das ist nicht vorgesehen. Auch von Rollenbildern teilweise braucht man sich nichts vormachen, nicht vorgesehen. Und da gehen wir dann hin. Und wenn wir da mit fünf, sechs Eltern sitzen, wir brauchen nicht 150 Personen in einer Veranstaltung, sondern es ist unheimlich kleinteilige Arbeit, bis hin zu dem Thema, dass wir auch nicht mehr nur über klassische Medien gehen können. Wir müssen ernsthaft darüber nachdenken, auch mal über die Hochschule in der Hüriert zu berichten, natürlich, weil die Eltern in bestimmten kulturellen Prägungen noch sehr viel intensiver einwirken auf die Karriereentwicklung der Kinder, als das vielleicht jetzt zum Beispiel bei mir der Fall war. So, und da müssen wir auch erstmal Wege erschließen. Da sind wir noch lange nicht am Ende und die am höchsten Profilierten, sondern das ist ein Weg, den wir angegangen haben, auch da wieder nicht aus Altruismus, sondern wir haben noch als Hochschule gar keine andere Chance auf der einen Seite, weil die demografische Entwicklung ist uns allen geläufig. Ab 2014 vermutlich wird zumindest die Verfügbarkeit junger Menschen per se erstmal abnehmen. Das eine oder das andere ist, woher sollen wir Fachkräfte für morgen nehmen, wenn nicht aus Gruppierungen, die bisher eben nicht den Weg an die Hochschule finden. Und da muss ich ganz offen gestanden sagen, diese Initiativen, die werden politisch ja überhaupt nicht gesehen. Da diskutiert man, für mich extrem überraschend, über zwei Millionen Menschen, die in einem bestimmten Zeitraum nach Deutschland von außen geholt werden sollen und ignoriert dabei, dass die Engländer, die Spanier, die Franzosen genau das Gleiche diskutieren, zwei Millionen Menschen zu uns. Ich weiß gar nicht, wo die alle herkommen sollen. Und dabei vergisst man dann die Potenziale, die man hier vor Ort hat. Wir haben hier gerade im Ruhrgebiet, haben wir die höchsten absoluten Potenziale, um Fachkräfte zur Verfügung zu stellen der Wirtschaft. Und das eigentlich auch mal zu thematisieren, wäre, finde ich zumindest, weitaus erfolgversprechender als sich in Phantomdebatten zu verlieren zu irgendwelchen Zuwanderungen. Es wird uns nie gelingen, für jeden Einzelnen das richtige Angebot zu platzieren. Das ist auch, ehrlich gesagt, und kann, glaube ich, nicht unser Anspruch sein an der Stelle. Aber es gehört, und da sage ich ganz bewusst, auch Differenzierung dazu, zu dem ganzen Geschäft. Also es geht uns überhaupt nicht darum zu sagen, so jetzt, jeder, der zu uns kommt, den heben wir über den Zaun. Sondern unsere Hochschule ist auch in der Wirtschaft übrigens bekannt dafür, dass wir exzellent ausgebildete Absolventen abliefern, weil gerade in den Fachbereichen ein durchaus anspruchsvolles Niveau platziert wird. Und dieses anspruchsvolle Niveau, an dem werden wir nicht drehen. Es muss schaffbar sein, aber es muss für den schaffbar sein, der kann und will. Hier gibt es keine Abschlüsse im Discount-Bereich. Also diese Differenzierung, die erlauben wir uns schon an der Stelle. Und da bleiben wir auch unter Beifall, in Anführungszeichen übrigens unserer Abnehmer, der Arbeitgeber, bleiben wir dabei. Wir haben aber auch Differenzierung zum Beispiel bei der Einstiegsakademie. Da kommt eben auch nicht jeder rein. Sondern da kommen die rein, wo man den Eindruck hat, die wollen. Das ist kein Automatismus, wo jeder daran teilnehmen kann, sondern da muss man sich bewerben. Schon das Thema Bewerben ist eine kleine Hürde, die längst gar nicht jeder bereit ist zu gehen. Und wer noch nicht mal diese Hürde bereit ist zu gehen, der findet da nicht statt. Die Perspektive ist ja immer so ein Defizitansatz. Wie sorgen wir eigentlich dafür, dass bestimmte Menschen überhaupt noch einen Hauptschulabschluss kriegen? Und unser Ansatz ist zu sagen, wir haben hier überhaupt Potenziale. Wir haben hier Talente. Und Talent ist nicht nur der, der vom Gymnasium kommt. Sondern wir haben hier Talente, die man entwickeln kann. Und wir haben jetzt nun aufgrund unserer regionalen Lage, haben wir natürlich eine spezifische Klientel. Diese spezifische Klientel wird in anderen Regionen auch kommen, sich immer stärker ausprägen. Da sind wir also ein Stück quasi weiter voran. Und ich glaube schon, dass vieles von dem, das findet ja inzwischen auch bundesweit Beachtung, was wir hier machen, vieles von dem, was wir hier derzeit betreiben, in drei, vier, fünf Jahren, auch in anderen, insbesondere Ballungsgebieten, Pilotcharakter haben wird. Natürlich muss man jetzt nicht sagen, die V-Schule Gelsenkirchen ist quasi Vorbild für alle Hochschulen. Das wäre auch wieder völliger Unsinn, weil zum Beispiel Hochschulen in eher räumlich geprägten, in vor allen Dingen bildungsbürgerlich geprägten Regionen, die haben doch ganz andere Themen zu bespielen als wir. Und auch da gilt eben diverse. Hochschulen sind eben auch, übrigens auch von der Politik, diverse zu behandeln. Und auch Finanzierungsströme müssten an sich Diversity berücksichtigen. Fakt ist, Sense, alle gleich, da tut man so, als ob der Input an jeder Hochschule völlig identisch wäre, der Normstudierende, so sind die finanziellen Steuerungsmechanismen auch. Fakt ist, dass der eine beim 100-Meter-Lauf bei minus 10 Meter loslaufen muss und der andere, der läuft bei plus 10 Meter los. Also leistungsorientierte Mittelverteilung vergütet Hochschulen danach, wer schnell fertig wird. Und wenn ich dann das Bild des Läufers nehme, ist klar, wer da bessere und wer da schlechtere Chancen hat an der Stelle. Das heißt, viele Institutionen unserer Gesellschaft sind da noch gar nicht drauf eingestellt. Operativ, also auf der Konferenzebene, da können alle prima darüber fabulieren, was man tun müsste. Aber wenn man in der Maulwurfsperspektive sich befindet und tun muss, dann sieht das Welt ein bisschen anders aus. Je knapper das Arbeitskräfteangebot am Arbeitsmarkt ist, umso stärker werden sich Unternehmen letztlich auch ausländisch klingenden Namen öffnen müssen. Es gibt ja keine Alternativen dazu. Und dann wird man erkennen, verdammt nochmal, da sind unglaublich talentierte Leute dabei. Und es ist auch nicht so, dass das nicht jetzt schon längst stattfinden würde. Also wenn ich so in manches Unternehmen dieser Region gehe, da sind Ingenieure mit einem Nachnamen, wo die Aussprache zunächst zugegebenermaßen schwerfällt. Das sind hocherfolgreiche Ingenieure. Die machen einen tollen Job. Und das ist Normalität. Und auch da gelten natürlich wieder als Vorbilder. Auch da müssen Unternehmen lernen. Wir als Hochschule müssen lernen. Uns auch aus alten Klischees und Vorurteilen zu verabschieden und zu sagen, jo, Mensch, da passiert ja richtig was. Und da habe ich plötzlich Potenziale, an die ich vorher gar nicht gedacht habe. Da erschließe ich mir möglicherweise Handelspartner in bestimmten Regionen dieser Erde, wo ich vorher ein echtes Problem damit hatte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017